There is one more thing. Komm doch mal zu uns. Und schnapp doch dort gerade so einen Sack. Oh, die macht das Bier auf. Und schnapp das. Also wir probieren hier Kontaktknöpfen zu einem Frauenteam. Entschuldigung, schnell. Hallo, wer bist du? Hallo, ich bin die Christiane. Wer bist denn du? Hallo Christiane, ich bin Adi. Ich geh nur durch die Schweizerdeutsch reden. Ist gut. Von wo kommen wir hier? Wir waren von Bern. Das war gut. Zwei, zwei, drei. So sieht man aus. Ich habe meinen Bratsch auf den Zungen. Also, ja. Ist gut. So macht es nicht. Genau. Alex! Ja. Aber ich bin jetzt nicht mehr bereit. Adi und Marc? Matthias? Adi und Mann, ey. So, ich hörte einfach. Was? Machen wir ab? Machen wir ab? Machen wir nach einer Pause? Machen wir ab? Wir sind da beim... Wir sind da... Hey, okay, jetzt schaffen wir's. Warum machst du immer wieder mit? Das weiss ich nicht. Das ist echt, das ist wirklich geil. Es ist ein Rätsel. Ganz ehrlich. Ist das nur eine kleine Dage gerät, dass ich mich entspannen für live? Boah, das ist auch nicht mehr da. Das ist gut. Tschüss. Und es war eine sehr schöne Outlet hier. Sensationell. Ähnlich wie. Wir sind jetzt da. Bist du bereit? Okay. Du bist gut? Hey! Bist du bereit? Okay. Du bist gut? Hörst du mich? Bist du bereit? Michi, bist du ready? Bist du gut? Okay. Bist du bereit? Die Musik ist gut? Geil! Okay. Bist du ready? Bist du bereit? Ja! Geil! Michi, bist du ready? Wir sind ready. Du auch? Hm! Bist du ready? Sie werden sicher in vier Disziplinen Messer. Hey, was geht jetzt? Wir raken hier in einem alten Polizeibus. Wir raken hier in einem alten Bus von der Polizei. Ich bin noch nicht wo oben. Noch mal. Ich bin nicht verletzt. Und füllen jetzt ein paar Schaden ab. Es muss! War das super? Soll ich zweimal gespeust werden? Meinst du, das sieht man? Ja, ich bin noch nicht gut. Und ich bin noch nicht schön. Ein herzliches Applaus für den Aufregung!